Die Trennungsgerüchte Brooklyn Beckham, reagiert er so auf die Trennungsgerüchte? Brooklyn Beckhams vermeintliche Fremdnutscherei mit Model löste im Netz einen wahren Shitstorm aus. Zeigte die Zungelei doch deutlich, wie es um die Beziehung mit seiner On-Off-Freundin Chloe mit Rema Moritz, 21, steht, ziemlich schlecht. Die Fange meinen beider Parteien ließen ihren Ärger über sozial-media-freien Lauf. Jetzt deutete der 19-Jährige an, dass die harsche Kritik der Fans nicht spurlos an ihm worüber geht. Der Fotografiestudent gab auf Instagram einen Hinweis, dass er mit dem schweren Sozial-Media-Gegenschlag der Fans zu kämpfen habe und zwar mit einem Liege. Ein Foto auf einer Fanpage, das ihn als kleinen Jungen weinend neben Mama Victoria, 43, zeigte und die Bildunterschrift trägt, Chloe mit Rema es Fans attackieren Beckham gefällt neben etlichen Followern auch dem Tennis-Schwarm selbst. Das ist die erste, wenn auch indirekte, Reaktion des 19-Jährigen, seitdem die Fotos der Fremdsüngelei in einem Tattoo-Studio in West-Hollywood das Netz überfluteten. Auch eine Insta-Story seiner Ex könnte bereits eine Anspielung auf das Beziehungsende und einen möglichen Seitensprung gewesen sein. Dort postete die 21-Jährige einen Screenshot, auf dem zu sehen war, dass sie den Song B. Carrefour von KDB hört. Und dessen Lyrics sprechen eine eindeutige Sprache. Hingegen scheint sich aus der Sozial-Media-Kritik nicht viel zu machen. Sie postete kürzlich selbstbewusst, ein Kuss reicht, um sich in mich zu verlieben. dann... bis zum nächsten Mal.